Na dann, aktivieren wir und kämpfen wir. Und kämpfen wir bis zum Tod. Irgendwann du oder ich, aber ich verspreche dir, das wird nicht leicht für dich. Die Ganons Donnerfluch. Ja, das hier ist eine Kreatur. Ich konnte ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Wir könnten, wenn wir wollen, das theoretisch auch weitertreten. Ich würde mal sagen, wir machen das nicht. Das war genau der richtige Moment. Oh, ja, aber wir haben halt... Keine gute Waffe gerade dafür. Was ist der gut? Feuerlanze? Wir haben die ja... Als ob wir eine Verroste der Hellbarde mehr aufgenommen haben. Aua. 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 Okay. Okay, das war zu spät. Okay, probiere ich mal nach hinten. Ich beschöpfe dich. Alter. Was ist das? Gut. Aufstehen, Link. Nicht zehnmal rollen. Okay, halt nur fest. Elektrifiziert. Elektrizität. Elektrizität. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So. Okay. Uah. Uah. Okay, den Schild vorzuhalten. Gibt es irgendwie eine schnelle Taste, um den Schild vorzuholen? Ah, der Bogen ist kaputt. 49, 38, 14, 22, 38, 49. Ja, jetzt stirb, du Bastard. Ich will versuchen mal... Wird das jetzt noch schlimmer und verrückter? Oder was passiert jetzt? Elektrifiziert. Elektrizität. Elektrizität. Haben wir da eine komplette Rüstung? Na, mein Nova-Teil. Oh, boh, 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 boh. Hör mal, das finde ich jetzt nicht so lustig, ja, ne? Bist du... Bist du... Hm... 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 Wo ist er? Wir versuchen mal, da hochzukommen. Da ist er. Jetzt glaube ich da perfekt daneben treffe. Oh... ... Oh, wow. Oh, wow. Wow. Wow! ich bin dafür immer das ja irgendwas das ding rasset nun völlig aus alter jetzt lass mich doch mal einfach mal aufstehen junge alter ok link was tust du bitte gib mir die waffe ich habe absolut keine ahnung das merkt glück wenn ich den treffe hier oder sonst irgendwas wirklich er ist ja jetzt haben wir ihn ja 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 wie sie ihn an alter ich hasse es wohl nur die kann man auch am besten komplett weg man jetzt verlass doch nicht um alles fallen ist der ätzende junge ich raste komplett aus alter mann du bist einfach nur eine ätzende kack boile du bist so eine alter boile das kannst du gar nicht glauben ich kann nicht ausweichen es geht einfach nicht ja easy würde ich mal sagen ich habe ja auch die chance jawohl ja der der kampf ist wirklich einfach nur scheiße man jetzt nimm doch die scheiß waffe wieder so 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 Guter Tipp, ja, das sehe ich genau. Das ist wirklich ein scheiß Bosskampf. Muss man einfach mal so sagen. Einfach mal so sagen, wie es ist. Der ist wirklich scheiße. Der macht absolut keinen Spaß. Wenn man wenigstens... Ähm... Blick schnell. Verlier ihn nicht aus den Augen. So, jetzt muss ich ein bisschen ruhig sein. Ich muss nicht mehr ein bisschen gut zu drücken. Der hat viel zu schnell sein Schild oben. Ja, bleib dabei. Der Kampf ist einfach nur scheiße, unfair. Ich beschätze dich. Kann man bitte nicht gleich nochmal neu anfangen. Da hast du heftig was abgekriegt. Halt die Fresse. Halt einfach die... Sehe ich genauso. So, die kann man doch nur angreifen, richtig? Na ja, jetzt halt doch mal die... Ah! 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreife. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Jetzt fehlt es irgendwann an Waffen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Wann angreifen kann. Was ist das? Die letzte Phase. Was hat er uns jetzt getroffen? Wir haben nichts. Wir haben kein Leben verloren. Wieso bist du jetzt... Okay. Jetzt müssen wir sowieso weg, weil alles... Wir müssen warten, bis er seine Ladung verloren hat. Nein, ich suche mal eine Sache. Ja, 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 du kleines Missgeburtenstück der Hölle. Du bist tot. 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 Du bist tot.